Jo moin Leute, herzlich willkommen zu Battle of NY New York in Woche 7 der NHL Season 20, 21, 20, 22. Let's go. Heute um 31 New York Islanders gegen New York Rangers und das Ganze geht 3 zu 2 aus für die Islanders. So, das war's vom Battle of New York NY in der NHL Woche 7 Season 20, 21, 20, 22. So, lasst ein Like da, lasst eine Worte. Ciao.